Du bist über eines meiner Videos auf dem Kanal gelandet und hast noch weitere Fragen zum Game? Dann schau doch einfach mal hier oben in der Suchleiste und tippe dort deine Fragen ein. Wenn du zum Beispiel Fragen hast zu dem Game Russian Fishing 4 und da dann speziell zum Gewässer Alte Festung, dann tippt das doch einfach da oben in die Suche ein und die werden jede Menge Videos gezeigt, alles zur Alten Festung. Und das Wichtige ist, nutze diese ganzen Videos und diese Datenbank, die sich ja hier mittlerweile schon aufgebaut hat, einfach als Datenbank des Wissens und such dir Spots raus. Auch alte Spots, also Spots aus alten Videos, können nach Monaten immer mal wieder funktionieren. Dazu gibt es natürlich auch noch jede Menge Informationen zu den Basics, wie man da am besten anfängt. Ganz wichtige Brassen-Spots, Altspots und so weiter, also alles was man braucht. Tutorials zu den Basics, gerade wenn man im Low-Level-Bereich ist mit Level 12 zum Beispiel. Auch da gibt es dann immer wieder Informationen zu. Oder du suchst eine spezielle Angelmethode, sowas wie zum Beispiel Veki. Dann tippen wir einfach mal nur Veki ein und wir haben hier Veki Rig, Veki Rig, Veki Rig, Quick-Tipp zu Spinning und so weiter und so weiter. Also es gibt jede Menge Infos, wenn man einfach nur ein Schlagwort reintippt. Nutze diese Funktion hier und du wirst auf dem Kanal jede Menge hilfreiche Videos finden. Und wenn du jetzt oben rechts auf Abonnieren klickst, zeigst du mir, dass dir meine Arbeit gefällt. Petri, ihr Lümmels, zieht raus die Brocken und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Montag, Mittwoch und Freitags immer um 20 Uhr. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.